So, jawohl, wie schon ein paar Mal gesagt, nach mir, jetzt kommt der Energizer. Ich sag schon mal danke fürs Zuhören. Wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr gerne, könnt ihr gerne mir einen Gästebucheintrag schreiben. Entweder auf meinem TV-Profil, findet ihr unter den DJs natürlich. Oder auf meiner Homepage, die steht in meinem Profil, geht einfach mal drauf, guckt danach. Könnt ihr zum Beispiel den Track hier auch kostenlos und legal runterladen? Ja, also ne, ganz so. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Montag. Ja, bleibt geschmeidig. Okay, bis dann, macht's gut, bye bye. Dicker Boom! Hallo Corny. Ich hab heute Morgen meine E-Mails abgerufen und hab gesehen, wie jede Woche, wer meine Seite in agilesme.de besucht hat, von welcher Domain. Und als ich dann heute Morgen gesehen habe, dass sage und schreibe im Laufe der letzten sieben Tage zwei Leute von deiner Seite, von dj-corny.de, auf meine Seite geklickt haben, also auf die Verlinkung, die du bei dir für mich bereitgestellt hast, ich war baff, ich war wirklich sehr geschockt, ich hätte mit viel gerechnet, aber nicht, dass so viele Leute, dass du so viele Leute von deiner Seite auf meine Seite schickst, dass da so viele Leute draufklicken. Zwei Leute in sieben Tagen, das muss man sich mal reinziehen. Also das ist schon, das ist schon eine Leistung. Ich bin auch echt so ein bisschen sparrlos jetzt und finde das auch toll. Und ich weiß eigentlich nicht, was ich dazu sagen soll. Ich meine, Corny, das ist schon nett von dir. Finde ich echt super. Also ich bin echt sparrlos. Zwei Leute. Ich meine, das sind zweimal einer. Also, Hammer, oder? Zwei Leute. Auf deine Seite und dann auf die Verlinkung zu meiner Seite. Bin schon so ein bisschen baff. Also, ich will dir eigentlich auch nur sagen, danke. Und an diese zwei Leute, falls ihr zuguckt. Ihr seid so geil. Ich finde das echt Wahnsinn. Ich bin echt sehr sparrlos und sehr, sehr sparrlos. Zwei Leute. Wahnsinn. Vielleicht werden es ja nächstes Mal nochmal zwei. Ey, das wäre der Hammer. Das wäre echt Wahnsinn. Also, Corny und diese zwei Leute, danke schön für diesen Support. und ich bin echt sparrlos. Danke. Ach ja, und falls du, oder falls ihr euch jetzt fragen solltet, warum ich eine Mütze aufhabe. Keine Ahnung. Hey, Energizer kann ja jeder. DJ Corny, a.k.a. ich. DJ Corny Bis zum nächsten Mal.